Das sind so Spiele, wo man schon Tage vorher ein Kribbeln im Bauch hat, endlich wieder Heimspiel und dann noch so ein Topspiel heute. Das Traditionsduell zwischen dem Wuppertaler SV und dem KFC Uerding. Heute am fünften Spieltag in der Oberliga Niederrhein und WSV-TV war natürlich heute bei diesem heißen Duell mit dabei. Lukas mit der 7 Daniel, unsere 10 Gaetano, die 11 Innes, unsere 16 Alles Gute, Nachträglich zur Hochzeit, Tim, die 22 als Peter, mit der 27 Marvin und die 36 Lukas sowie die 58 Erdscher. Musik Musik OLE OLE! OLE OLE! Wir machen so, wir machen so, wir machen so. OLE OLE! OLE OLE! OLE 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 OLE! OLE OLE! Applaus 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 Wir schreiben die 53. Stil S nobody in Tun C TOR Für unseren F venpo und der Torschutze wird übersetriert von bürgerabell AM security Unsere 58 Ircham 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 Ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, da geht noch was. Ich glaube, da geht noch was. Wir sind voll! Lukas Fedler, 5 zu 0, Heimsieg gegen den KFC Hürdingen. Wenn dir jemand vor dem Spiel gesagt hätte, das geht 5 zu 0 aus, was hättest du ihm dann gesagt? Hätte ich eigentlich gesagt, warum denn nicht? Also wir waren gut drauf die Woche, waren super eingestellt, denke ich, hatten richtig Bock auf das Spiel. Egal, was da im Umfeld vorher geredet wurde und so, war uns immer klar, wie die Rollen verteilt sind, dass wir alles geben müssen. Und ich denke, das haben wir auch gut auf den Platz gebracht. In der ersten Halbzeit schon 4 zu 0 für den WSV. Da ist quasi alles aufgegangen, was man sich so zurechtgelegt hat als Plan. Ja, eigentlich schon. Also man hat direkt, glaube ich, von Anfang an gesehen, wer hier mehr will, wer wirklich 100 Prozent gibt und wer vielleicht nur 80, 90 Prozent gibt. Das waren die Hürdinger. Du hast doch gar nichts zu tun gehabt heute, Herr Hörer auf zu erzählen. Aber du oder wie? Ja, sicher. Ja, also wir sind super ins Spiel gekommen. Ich meine, wir haben endlich mal direkt die Chancen genutzt, die wir hatten. Das war, denke ich, der Knackpunkt des Spiels. Und ich meine, es war unglaublich viel Leidenschaft im Spiel. Das wollten wir auf den Platz bringen. Nicht so einen letzten Heimspielauftritt wie gegen SC West. Wir wollten so ein Spiel wie gegen Hilden wiederholen. Mussten wir auch, sonst kriegt man gegen Hürdingen auch Probleme. Und dass es natürlich jetzt so anfängt, war natürlich der Hammer. Du bist ja auch Wuppertaler, es waren über 4.000 heute da. Hör auf, doch! Wir sind alle bekloppt heute. Wahnsinn, aber darf auch mal sein nach dem 5 zu 0. Also du als Wuppertaler, über 4.000 waren heute da. Wie war das für dich auf dem Feld? Und dann auch nach dem Spiel nochmal vor der Nordtribüne, vor der Haupttribüne? Ja, ich weiß ja, dass es auch für die Wuppertaler Fans, für das ganze Umfeld ein unheimlich besonderes Spiel war, was da im Vorfeld schon passiert ist. Und das wollten wir auch auf den Platz bringen. Wir wollten zeigen, dass wir für Wuppertal spielen, gegen anderen großen Vereinen in der Gegend, die ja schon da die großen Konkurrenten sind. Und das haben wir, denke ich, mit Bravour erfüllt, die Leidenschaft und so da reinzubringen. Und das hat total Bock gemacht. Also das war echt gut. Genießt den Moment. Lukas Veedler, vielen Dank. Danke. Unser Torwart Joshua Mross, Gratulation 5 zu 0 und die 0 heute gehalten. Ich glaube, nach dem 6 zu 1 gegen Hilden war es ein bisschen sauer, dass es doch noch ein Gegentor gab. Und heute die 0 gehalten, für dich ein perfekter Nachmittag? Ja, klar war das perfekt. Wir haben früh die vier Tore gemacht in der ersten Halbzeit. Dann war das Ding auch schon fast gelaufen. Wir haben uns gesagt, die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, dann müssen wir nochmal Vollgas geben, dass die nicht mehr rankommen, weil man weiß ja nie, was im Fußball so alles passiert. Aber jetzt zwei Mal hintereinander zu 0, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen. Das ist super. Wie ist das für dich als Torwart? Geht man da richtig mit, wenn die eigene Mannschaft dann so ein Torfestival vorne macht? Ja, also ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei anderen ist, da kann ich nicht sagen. Aber ja, sieht man da auch manchmal. Ich renne da bis zur Mittellinie oder sowas. Da ist irgendwie die Emotion pur und dann ist das halt manchmal so. Zweimal vielleicht ein bisschen Glück gehabt. Einmal Pfosten, einmal noch an die Latte gelenkt. Da hast du nochmal Glück gehabt. Ja klar, das war Glück. Aber die Mannschaft hat ja nicht viel zugelassen. Ich hatte nicht so viel zu tun. Ein paar Situationen, aber das ist ja normal gegen so eine Top-Mannschaft eigentlich. 5-0 im Endeffekt. Ich denke, wir können das nicht beschweren. Perfekt. Josh, vielen Dank. und vielen Dank. Na, na, na. Trump, 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 Trump. Ja!